Ich habe eine geniale Idee. Sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Die Leute gucken gerne im Internet, was ihre Freunde machen. Warum nicht eine Website bauen, die das anbietet? Ich rede davon, das gesamte soziale Erlebnis im Studium online zu stellen. Die Seite wurde 2200 Mal in zwei Stunden angekündigt. 22.000. Wow. Wir wissen nicht, was sie sein kann. Wir wissen nicht, was sie sein wird. Wir wissen, sie ist cool. Das gehört uns beiden. Von dir ist Facebook? Wow. Wir haben Groupies. Das ist unsere Zeit. Eine Million Dollar ist nicht cool. Wisst ihr, was cool ist? Du? Eine Milliarde Dollar. Wir brauchen ihn nicht. Ich habe Angst, wenn du nicht hierher ziehst, bleibst du auf der Strecke. Was meinst du mit auf der Strecke? Es entwickelt sich schneller, als wir hätten ahnt. Sie werden beschuldigt, die Sicherheitsbestimmung sowie die Privatsphäre anderer verletzt zu haben. Ihr bester Freund verklagt sie auf 600 Millionen Dollar. Ist mir neu, erzählen Sie mir mehr. The Social Network. The Social Network.